Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik und heute sind wir bei den linearen Funktionen. Ich habe hier drei Stück mitgebracht und heute wollen wir sie ablesen. Und das braucht ihr immer dann, wenn der Lehrer oder die Lehrerin euch eben diese Funktion hier so hinzeichnet und ihr sollt sie dann benennen. Und das machen wir heute auch. Wir haben hier a, b und c. Und jetzt gehen wir das ganz langsam durch, wie genau das funktioniert. So, als allererstes müssen wir wissen, eine lineare Funktion wird immer aufgeschrieben nach y ist gleich mx plus b. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und wenn wir das kurz zusammenfassen, dann heißt m so viel wie Steigung, x ist dann eben der x-Wert, hier ist der y-Wert und b, das ist ganz wichtig. b ist der Schnittpunkt auf der y-Achse. Das kann man sich so gut merken, indem man einfach das in der Mitte zuhält und dann steht da y gleich b. Okay, gut. Bevor wir anfangen, müssen wir eben zwei wichtige Sachen klären. Wir haben hier eine Achse, wir haben hier eine Achse. Das hier ist die x-Achse und hier oben ist die y-Achse. Das in der Mitte nennen wir Ursprung. Und hier auf der x-Achse ist es positiv. Hier seht ihr es 1, 2. Und hier wird es negativ. Minus 1, minus 2. Geht es nach oben? 1, 2, 3. Positiv. Nach unten? Minus 1, minus 2. Okay. Achtet beim Zeichnen drauf, dass es natürlich immer die gleichen Abstände sein müssen, sonst ist es ärgerlich. Okay, so. Fangen wir an. Wie zeichnen wir A? Also das hier ist A und wir stellen jetzt erst mal fest, aha, das geht nach oben. Und wenn etwas nach oben geht, dann ist das grundsätzlich erst mal positiv in der Steigung. Also schreiben wir auf, wenn wir jetzt A machen wollen, A und dann y gleich. Dann können wir auf jeden Fall schon x hinschreiben, denn irgendeine Steigung werden wir schon haben. Und den Rest schauen wir uns jetzt an. Und wir fangen immer an mit dem y-Wert. Ist er noch? So. Und das ist ganz einfach. Wir schauen nämlich, wo genau bei der y-Achse wird die y-Achse geschnitten. Und das passiert hier bei minus 1. Und deswegen steht hier hinten schon mal minus 1. Schreibe ich einfach hin. So. Hinten steht minus 1. Das heißt, jetzt geht es nur noch um die Steigung. Und die Steigung, die holen wir uns mit dem Steigungsdreieck. Wir müssen also jetzt hier ein Dreieck einzeichnen. Und ich gehe jetzt hier einen Zentimeter nach rechts. So. Einen Zentimeter nach rechts. Und hier dann zwei Zentimeter nach oben. So. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Denn genau so, wie ich das hier einzeichne, genau so kann ich das auch bei der Steigung hinschreiben. 2 und dann geteilt durch 1. Und dann ist die Steigung eben 2. Und die Gleichung zu dieser linearen Funktion heißt dann y gleich 2x minus 1. Minus 1, weil hier der Schnittpunkt ist. Und 2x, weil die Steigung hier 2 ist. Und natürlich dürft ihr auch 2 geteilt durch 1 schreiben. Beides richtig. Okay. Das war noch ein bisschen schwierig. Aber ihr werdet gleich merken, es wird immer einfacher. Machen wir b. So. Und wir schreiben wieder hin. y ist gleich. Und dann wieder irgendwas mit x und irgendwas dahinter. So. B ist dieses Mal hier. Und als allererstes suchen wir uns wieder den Schnittpunkt mit der y-Achse. Und ihr seht ihn hier. Hier ist er. Bei minus 2. Seht ihr es? Hier. Und deswegen tragen wir hinten schon mal einfach minus 2 ein. Und jetzt geht es wieder einfach nur noch um ein Steigungsdreieck. So. Wie kriegen wir hier ein gutes Dreieck rein? Dieses Mal gehen wir hier 2 cm nach rechts und 1 cm nach oben. Ich habe es ein bisschen überzeichnet, aber ich glaube, man erkennt es. Und jetzt tragen wir es genauso wie gerade eben wieder ein. 1 cm oben und dann 2 cm unten. Seht ihr es hier? Einer oben, 2 unten. Genau andersrum wie gerade eben. Und deswegen ist die Gleichung dieses Mal y gleich 1 halb x minus 2. Und das erkennt man relativ gut. Ihr seht halt, dieses hier ist sehr steil. Deswegen ist hier die Steigung höher als hier. Dies hier steigt flacher an. Und deswegen muss die Steigung auch niedriger sein oder kleiner sein. Dann noch eine grundsätzliche Sache beim Zeichnen. Zeichnet diesen waagerechten Strich immer nach rechts. Ja? Immer. Manchmal bekommt ihr es auch anders gezeigt, aber macht es immer nach rechts. Und wenn es dann jetzt wie im dritten Fall c mal nach unten geht, dann zeichnen wir einfach nach unten. Wichtig ist, immer nach rechts. So. Schauen wir uns noch c an. So. Es wird ein bisschen eng, aber wir schaffen das. Und wieder schreiben wir y ist gleich und dann irgendwas mit x. Okay. Und genauso wie gerade eben suchen wir als allererstes wieder den Schnittpunkt auf der y-Achse. So. Hier ist 1, da ist 2, dazwischen ist 1,5, weil es diesmal im positiven Bereich ist. Hinten also plus 1,5. Alles klar. Und genau da startet jetzt auch unser Steigungsdreieck. Dieses Mal, und das sehen wir aber schon, geht es nach unten. Okay. Nicht weiter schlimm. Also 2 cm nach rechts. So. 2 cm nach rechts. Also 2. Und dieses Mal nach unten. So. Also minus 1, weil es runter geht. Und daraus ergibt sich dann nichts anderes als minus 1 und dann geteilt durch 2. Also minus 1,5. Aber ihr seht, wir gehen immer nach rechts. Und dann steht hier y ist gleich minus 1,5 x plus 1,5. Okay. Das waren die ersten drei. Es sieht ein bisschen wuselig aus, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird das immer besser. So. Ich habe noch drei weitere Aufgaben. So. Jetzt machen wir es ein bisschen kniffliger. Nochmal eben ganz kurz für uns zur Erinnerung. Ihr wisst noch, y gleich mx plus b. Alles klar? Und jetzt geht es los. Als erstes a. Und a ist dieses Mal, seht ihr es, gerade? Es gibt keine Steigung. Das sieht man ja sofort, weil der Abstand immer gleich ist. Man könnte auch sagen, a ist parallel zur x-Achse. Hier x, hier y. Wisst ihr. Tja. Und was machen wir jetzt, wenn wir keine Steigung haben? Wir gehen erst mal genau so vor. Wir schreiben also a ist gleich y. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch das x hinschreiben. Und wir suchen wieder, wie jedes Mal, zuerst den Schnittpunkt. Und der Schnittpunkt bei der y-Achse ist da 2. Also plus 2 hinten dran. So. Dieses Mal haben wir keine Steigung. Wir könnten zwar nach rechts gehen, aber wir können nicht nach oben gehen. Also ist die Steigung 0. Und dann können wir das auch hinschreiben. 0x plus 2. So schreibt man das aber nicht. Man schreibt nicht 0x. Und deswegen ist dann das Ganze dieses Mal y gleich 2. Das ist die ganze Gleichung. Denn egal, welchen Wert wir einsetzen, es bleibt immer 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay. Eine Besonderheit habt ihr es mal gesehen. Weiter geht es mit b. b. So. b. Fangen wir erst mal wieder genauso an. y ist gleich irgendwas mit x und irgendwas hinten dran. Schauen wir mal. Wo ist der Schnittpunkt? Im Ursprung. Also hinten plus 0. Weil hier ist 0 auf der y-Achse. Okay. Gut. 0 heißt, können wir eigentlich auch weglassen. Aber macht ja nichts. Jetzt machen wir erst mal wieder unser Steigungsdreieck. Also. Wir gehen hier einen Zentimeter nach rechts. Und dann können wir auch einen Zentimeter nach oben gehen. 1. Und dann ist die Steigung 1. Okay. Na gut. Also 1 durch 1. Wisst ihr noch? Ja gut. Und wenn das y gleich 1x plus 0 ist, dann dürfen wir auch schreiben, damit ihr es mal gesehen habt, y gleich x. Denn 1 ist 1, 2 ist 2, 3 ist 3 und so weiter. Kommen wir zum letzten. c. So. Wieder ganz normal aufbauen. y ist gleich irgendwas mit x. Und als erstes suchen wir wieder den Schnittpunkt. Hier ist c. Und wo ist der Schnittpunkt auf der y-Achse? Hier bei plus 1. Also hinten schon mal plus 1. Okay. Gut. Jetzt schauen wir mal. So. Hier 1 nach rechts und 2 nach unten. So machen wir es. Also 1 nach rechts. Können wir schon mal 1 hinschreiben. Und dann dieses Mal 2 nach unten. Ich versetze es mal ein bisschen, damit wir es auch gut sehen können. So. 2 nach unten sind dann 2. Okay. Und ihr seht wieder, da es nach unten geht, muss das Ganze negativ sein. Also minus 2. Und deswegen ist das Ganze dann dieses Mal minus 2. Und wenn wir möchten, geteilt durch 1. Aber man dürfte natürlich auch schreiben, y ist gleich minus 2x plus 1. So. Jetzt habt ihr einen groben Überblick über das Zeichnen von linearen Funktionen. Ihr habt hier die Besonderheit gesehen. Ihr habt das mit dem Ursprung gesehen. Und wenn man das ein bisschen übt, dann kriegt man das ganz schnell hin. Okay. Das war's.